Okay, ich lese erst mal was und dann erzähle ich was. Ein schizophrener Dichter namens Merz geistert durch die Kapitel dieses Buches. Er stammt aus dem Roman Merz von Heiner Kipphardt und ist mein Lieblingsheld. Für Kipphardt, sein Schöpfer, ist verrückt sein sozial verursacht. Er glaubt, dass sensible Menschen an dem zerbrechen können, was Familie und Gesellschaft mit ihnen machen. Merz hat als Kind eine Hasenscharte. Die Mutter kauft ihm eine Norweger-Mütze, hinter der er sie verstecken kann. Der Vater verbietet ihm, in Gegenwart von Gästen zu sprechen. Merz wird sich davon ein Leben lang nicht erholen. Mir ist der Mann mit der Hasenscharte nah. Warum nur? Ich bin ja gar nicht zerbrochen. Ich bin ja gar nicht verrückt geworden. Aber es hätte ebenso gut mich treffen können. Merz ist ja nicht verrückt, weil er anders ist. Er ist verrückt, weil ihn der Versuch, so zu werden, wie die anderen, zu viel Kraft gekostet hat. Wird man etwa allein vom Normaltun verrückt? Juckpulver im Gehirn, nicht kratzen, notiert Merz. Aber das ist leicht gesagt. Verrückt bleiben heißt nicht durchdrehen. Es heißt vielmehr, auf dem Drahtseil zu tanzen. Verrückt bleiben heißt, den Mut zu haben, seine Meise zu füttern. Füttern Sie Ihre Meise mit diesem Buch. Das ist aus dem Vorwort zu meinem ersten Sachbuch. Vorher habe ich nur Romane geschrieben. Das ist so etwas wie eine Überlebenshilfe für Leute, die eine kleine Meise haben. Es heißt Verrückt bleiben, ein Leitfaden für freie Radikale. Und es hat Kapitel wie Selberdenken, Avanti Dilettanti, Krankner und, der Ideentöter, dein schlimmster Feind, Fernweh, würdelos altern und selbstbestimmt sterben. Ich lese nun das Kapitel, das eigentlich nur für Frauen geschrieben ist, aber es können auch Männer zuhören. Es heißt Nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Stellen Sie sich vor, alles wäre andersrum gekommen. Die Bibel erzählte nur von mächtigen Frauen. Die Kathedralen wären von Frauen erbaut worden. Ausschließlich Frauen stünden an der Spitze von Wirtschaft, Politik und Religion. Sie wären schwammig, röchen nicht gut, hätten Glatzen, Plauzen und haarige Rücken. Aber wer Königin ist, der muss ja nun auch nicht noch schön sein. Die Frauen trügen Krawatten, würden fast aus ihren Anzügen platzen. Frauen, ihre Geschäftsdeals in Callboy-Bars machen und sich von Männern mit Plüschhäschenohren die Drinks servieren lassen. Nur Junge natürlich, denn alte Männer sind eklig. Wer will schon alte Männer anfassen? Keine Sau und erst recht keine Frau. Unsere Lustknaben müssten mit den Ärschen wackeln, entharte, durchtrainierte Brüste zeigen und enge, penisumspielende Hosen, die uns scharf machen sollen. Selbst wenn sie in Harvard studiert hätten, 20 Sprachen sprechen und einen IQ von 220 vorweisen könnten, wir würden sie nie Karriere machen lassen. Einfach nur, weil sie Männer sind. Wir würden das Gerücht streuen, dass Männer kleinere Gehirne haben und nur für die Aufzucht von Kindern geeignet sein. Wir würden männliche Models buchen, die in sexy Dessous auf Autohacks herumkrochen. Die Männer würden uns umschwänzeln. Sie würden für uns kochen, unbequeme Stöckelschuhe und unpraktische Langhaarfrisuren tragen. Nur einige Männer, größtenteils alte und hässliche, würden sich zusammenschließen und als Maskulinisten die weibliche Herrschaft bekämpfen.